Ich stecke mein Leben in diesen Job. Was ich sehen will, ist Veränderung. Was für Posten gibt es sonst noch, Sir? Wo kann ich hin? Dir ist es so langweilig. Und mir auch. Und wir können das ändern. Nimm Mexiko, Kiki. Agent Camarena. Willkommen in Guadalajara. Du bist der beste Agent, den wir haben. Ich will, dass du die dran kriegst, die das Sagen haben. Miguel Felix Gallardo. Hier ist der Boss. Wo sollen wir anfangen, Chef? Felix Gallardo legt sich mit der DEA. Hört danach das letzte Mal an. Zeigen wir denen, was wir drauf haben. Ich kann hier nicht weg, bevor Felix nicht meinen Namen kennt. Das wird er. Eines Tages. Was ist... Untertitelung des ZDF, 2020